Heute bin ich mal wieder in einer Stadt unterwegs, in der ich bisher noch nie gewesen bin. Und zwar bin ich heute in München. Und eigentlich bin ich auch schon eine Weile hier rumgelaufen in der Innenstadt, aber ich habe bisher noch nichts gefilmt, weil es einfach super voll ist und ich es dann eher ein bisschen anstrengend finde, die ganze Zeit zu versuchen, irgendwas mit der Kamera festzuhalten. Ich bin aber sehr überrascht, wie schön die Innenstadt ist und jetzt habe ich ja gerade auch so ein kleines Fleckchen gefunden, was super schön ist und ja, total ruhig. Und deswegen dachte ich, okay, ich überwinde mich jetzt doch nochmal und mache ein Video in München. Und schwupps, es ist Abend und wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt und wärmen uns da ein bisschen mit Glühwein auf. Den berühmten Kieskindermarkt in München, der nicht genauso wie ein eigentlicher normaler Weihnachtsmarkt ist, aber wir sind vorher in einem Mittelalter-Weihnachtsmarkt, das wäre egal. Da sieht viel cooler aus, als der hier auf dem Marietplatz ist. Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt ist sowieso immer zu essen, aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Wir haben jetzt gerade überlegt, oder wir suchen eigentlich was Süßes zu essen und wir haben jetzt gerade überlegt, ob es normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich was Süßes zu essen gibt. Max meint ja, es gibt überall auf dem Weihnachtsmarkt, oder bei ihm gab es immer, Krebs. Aber ich kenne das irgendwie gar nicht, dass es Krebs auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es auf dem Weihnachtsmarkt was Süßes geben sollte. Aber irgendwie haben wir hier nicht viel Süßes gefunden, außer so Schokofrüchte und Mandeln. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich Kartoffelwurfer essen gehen. Was ist das? Raiba Daci? Raiba Daci, oder so heißt das hier in Bayern. Raiba Daci, oder so heißt das hier in Bayern. Wir haben jetzt Orangen und Rumpunsch gekauft und der schmeckt super geil, weil es nicht wie ein normaler Glühmein ist, sondern schmeckt voll lecker nach Orangen. Und Rump! Ja. Jetzt sind wir auf dem Mittelalterweihnachtsmarkt und hier ist es noch dunkler als auf dem anderen Weihnachtsmarkt sowieso schon, aber... Es gibt Krebs. Ja, und Waffeln und ganz viele süße Sachen. Und das Wichtigste, auf dem Mittelalterweihnachtsmarkt ist man Mehl trinken und das werden wir jetzt auch noch machen. Also das mit dem Mehl hat nicht so geklappt. Wir standen vor dem Häuschen und er meinte so, Schank, Schluss. Tja, und jetzt gehen wir halt zurück und suchen noch mal einen anderen Glühwein. Aber Mittelaltermarkt an sich ist echt super schön und kann ich nur empfehlen. Ich konnte euch leider nur nichts zeigen, weil es da ziemlich dunkel war. Wir haben jetzt noch einen Stand gefunden, der hatte Ingwerpunsch. Das ist auch etwas, was ich noch nicht probiert habe, also es ist mit dem Mehl nicht so schön. Ist dir bewusst, dass die die Orange gerade selbst gepresst und in der Pfanne noch mal warm gemacht hat? Ja, habe ich gesehen. Übrigens standen wir vorhin Schrecking immer von diesem Shop und haben nicht gesehen, dass es hier eigentlich doch Krebs gegeben hätte. Aber naja. Es ist jetzt schon der nächste Morgen. Ich wollte trotzdem noch mal zu diesem Ingwerpunsch sagen, dass der super lecker war. Also es war halt wie so ein ganz normaler Punsch, aber dann mit einem total krassen Ingwergeschmack. Ich habe übelst Schwierigkeiten gehabt, den zu trinken, weil es halt wirklich so scharf war. Aber ja, wenn man große Schlucke genommen hat, ging es einfacher, weil irgendwie jeder Schluck so ein bisschen, naja, nicht gebrannt hat, aber halt so super scharf war, wie man das halt von Ingwer kennt. Und würde ich aber auf jeden Fall mal empfehlen zu probieren, wenn man das zufällig sieht. Und der Plan für heute ist jetzt nach Schloss Nymphenburg zu fahren. Und wir hoffen, dass wir uns da ein bisschen was angucken können. Mal schauen, weil es niselt so ein bisschen. Ich hoffe, dass das Wetter sich noch hält. Und danach gehen wir bei Takumi Ramen essen. Und dann gehen wir bei Takumi Ramen. Wir laufen jetzt gerade hier durch den Schlosspark am Schloss Nymphenburg. Und ich muss sagen, dass das Schloss von außen eigentlich gar nicht so richtig typisch schlossmäßig und pompös aussieht. Aber halt so die Einrichtung innen und die ganzen Verzierungen sind halt schon ziemlich heftig. Und vor allen Dingen der Park hier draußen ist halt einfach so riesig. Also wir sind jetzt noch nicht mal im Bruchteil, glaube ich, davon abgelaufen. Und es sieht jetzt schon mega weitläufig aus. Das Einzige, was ich schade finde, dass die ganzen Statuen hier so in diese Holzdinger eingepackt sind. Und man die nicht angucken kann hier im Park. Aber es ist einfach super beeindruckend, wie riesig dieses Gelände ist. Also schon echt ziemlich krass. Und jetzt gehen wir was essen, weil es fängt jetzt langsam an mit Nieseln. Und da waren wir auch nicht im Regen draußen rumlaufen. Essen war ziemlich geil. Ich habe mir jetzt auch noch hier so ein Matcha-Eis mitgenommen. Mal gucken, habe ich noch nicht probiert bei Takumi. Es regnet aber jetzt echt etwas mehr. Deswegen geht es jetzt wieder nach Hause. Ich fand München aber sehr, sehr schön. Also ich war sehr positiv überrascht von der Innenstadt und allem. Der Weihnachtsmarkt war wirklich nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Es war wie ein Weihnachtsmarkt in jeder größeren Stadt, würde ich behaupten. Trotzdem auf jeden Fall sehr schön, aber nicht so, dass man extra wie ein Weihnachtsmarkt herkommen muss. Aber der Ingwerpunsch war echt gut. Ja, und damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.